Hallo und herzlich willkommen zurück zu Return to Moria Okay So Was ihr nicht gesehen habt, das war Ich Nachdem ich in der letzten Folge so kläglich Nochmal Da liegt der Schildwall Okay, gut Aber ich brauche nochmal den Speer Dankeschön Okay Habe ich den jetzt mit? Was ist er? Da Ist die Frage Es gibt doch hier Werte Wenn ich jetzt hier auf Warte Hier bei Kampf Angriffsstärke Waffenstärke 12 Das ist jetzt Das Ding Okay, wenn ich dich nehme Pack dich mal da hin Geh auf die 5 Das ist 13 Okay, gut Also Immer noch viel besser Obwohl nicht verzaubert So Ich habe jetzt Drei Tage gebraucht Um nochmal Irgendwie nochmal dahin zu kommen Wo ich war Meine Sachen liegen immer noch unten In dieser Kristallmine In dieser Kristallmine drinnen Jo Was soll ich sagen Es ist halt Das war meine Schuld Mea Kulpa Das war meine Schuld So Ich habe den Speer wieder Ich habe die Rüstung Komplett wieder Ja Okay Ich habe noch 10 Diamanten Ähm Was ist das denn eigentlich Hier Sieht aus wie Ja Da sind Fliegen drum rum Das ist Trollscheiße Oder was Keine Ahnung Egal So Wir gehen nochmal zurück Ich muss Achso Ich habe ja ganz vergessen Ich wurde dann angegriffen Nachdem ich zurückkam Und alles war kaputt Die haben meine komplette Basis unten Zerstört Hey Komm her Ich habe jetzt hier auf die Waffe Auch keinen Trollschaden drauf gemacht Sondern Ähm Blitzschaden Ne Eine Schockwelle Was weiß ich Man muss das ja mal austesten Äh Dachte ich So Okay Was fehlt mir denn jetzt unten noch Wir gehen mal runter Äh Ich müsste mal was essen Nein Alles verdorben Okay Äh Minen vom Moria Ähm Was habe ich denn noch Ne Aufzug oben Wo ist denn Wo ist denn Der Kartenstein Von 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 meinem ersten Lager Hatte ich da nicht auch Den Stein gemacht Tja Offensichtlich nicht Okay Ich habe das Ding Und ich würde das gerne Jetzt Verzaubern Okay Ähm Bonus gegen Orks Glüht in der Nähe Oder Ich mach das nochmal Ich mach Ich mach das Ich Ja Ich mach das Genau Das Hat richtig gut Funktioniert Okay Okay So Wir haben später Nachmittag Ähm Ah Mann Das ganze Essen Ist schon wieder Verdorben Äh Hunger Ja Super Buddelwaren Brauche ich gerade nicht Ähm Böp Oh Was fehlte mir hier noch Was Ähm Habe ich denn hier Gebaut gehabt Was Ah Der Edelsteinschneider Ne Der Der Den konnte ich gar nicht Bauen Ähm Warte War das nicht Irgendwas mit Warte mal Hier Ähm Bronzebarren und Harz Kann ich nicht bauen Kupferbarren und Elbenholz Ich hab kein Elbenholz Ach Mann Ähm Ja der Braukessel Der stand hier Bin ich ganz sicher Also ich brauch Kupferbarren Acht Stück Das wird nicht funktionieren Ähm Ne ich glaube nicht Kupferbarren Ah doch 1,2,3,4,5 6,7,7,8 Was kann ich dann Bauen Und Ah Das war der Braukessel Ne Der Alchemist Den kann ich nicht Bauen Braukessel Kochen und brauen Elbenholz Elbenholz Bedeutet Nochmal zurück Äh Aber ohne Essen Geht gar nicht Äh Warte 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 Essen 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 Äh Was geht denn schnell Ja Machen wir mal Zwei von denen Wie lange dauert das 40 Sekunden Okay Wir haben Nachmittag Gehen wir noch ein bisschen Elbenholz holen Das Ding ist Ne Ich hatte ja alles Und Elbenholz Ist ja begrenzt Und Ähm Ja Was ist wenn ich Nochmal fahle Fange ich wieder Von vorne an Ah Das war eine blöde Idee Ich gebe es ja zu Guck mal Man kann den Tisch Man muss den nicht Daneben bauen Guck mal Das geht hier so rüber Und dann kommt gleich Das Essen da Was ich mich Äh Nur frage Ist Warum Hier Warte mal Ich mach das mal weg So Ich kann hier Ein Torbogen aufbauen Aber keine Tür Warte Ihr werdet das gleich sehen Warum kann ich hier Keine Tür dazwischen bauen Ähm Bei grob Einfache Tür Ne Ich gerne hier Zwischen bauen Ähm Rot 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 Da bricht zusammen Nicht normal Kann ich die Ähm 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 Von außen Vielleicht bauen Warte Geht's von außen Hier ist es nicht Rot Oder? Doch Tja Ja Ja okay Ja dann ist es halt so Fehlt mir hier Hintergrund Oder was Ne Ahnung Hallo So Was wollte ich machen? Hm Früher Abend Hm Ich wollte Was wollte ich hier machen? Äh Erstmal einsortieren Okay Kohle Ja Sollte ich hier mal ein bisschen was mitnehmen Holz sollte ich mitnehmen Die Haut Warte hier Ja Okay Ja Darin Ubersamholz war daneben Ja Ich wollte Ubersamholz Farmen Ne Das war das Ding Essen Gedöns Kommt hier Irgendwo Gerade hier war Bleisch in so einem Kram Äh Habe ich nicht Aber Das Zeugs Brrt Das Zeugs Und Ja da unten ist noch Fleisch Okay gut Ähm Die Äpfelchen Jo Und Jo Äh Warte Fleisch Das muss hier drin So Erebus Segen Ganz wichtig für die Wie heißen die Dinger? Äh Lämbars Ne Erebus Segen Äh Guck mal Brauchst du Einen zwar nur Aber Das ist super gut Das Ding Also Was hab ich noch? Metalle 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 War da Hier war Kohle Wann hier die Metalle drin? Nee Hier waren Samen drin Ah Hier sind die Eisen Eisen Okay Das nehme ich mit Das nehme ich mit Das nehme ich mit Dann noch ein bisschen Das Zeugs raus Okay Gut Und dann wieder Hm Kommt der mal rum Ja ich gehe mal ins Bett Nein Ich gehe ins Bett Sagte ich Das ist halt doof Ne Wenn das Bett direkt Daneben ist Okay Dann ist man halt Statt ins Bett zu gehen Was wollte ich Äh Ich brauchte Ich verstehe nur nicht Warum dieser 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 Dings Nicht da ist Dieser Stein Die tiefen Wie ist das Ding? Egal Ich verstehe es nicht So Okay Ich habe jetzt nochmal Alles aufgebaut Ich wollte hier Ausbauen Ich kann nicht In der Tür Ich kann doch nicht Mal eine Tür hinbauen Warum? Hm So Elbenholz Ne Das war das Ding Das ist gut Prä ahead Ist immer gut Komm jetzt Also die Die Hirsche Ergeben immer Zwei Leder Und die Wie heißt das Bei den Hirschen Die Die Frauenhirschen Äh Die Rehe Okay Die ergeben immer Nur eins Ne Okay Was habe ich hier oben? Hä? Ne Ich brauche Ah Ich brauche Ich brauche doch Dings Äh Elbenholz Elbenholz Da Ne Okidoki Ja Was ist Wenn man dann Zehnmal Failed Und dann geht's Nicht weiter Oh ja Spread it Nur Was gut ist Wenn man die Erinnern Hittet Und dann Ja Sind sie weg Ne Dann bleiben die stehen Und dann kann man die Kaputt schlagen So Ok Elbenholz Zwei habe ich Die Bäume wachsen Nicht mehr nach So wie ich das mitgekriegt habe. Deshalb. Wenn man kein guter Spieler ist, wie ich, macht man irgendwann ein Problem. Wenn ich jetzt hier alles mitnehme, jetzt zwölf, und komme zurück, irgendwann, wenn ich wiederbelebt werde, und dann ist halt hier nichts mehr. Und dann muss ich das Spiel von vorne anfangen, und das... Ja. Ist ein bisschen doof. So, okay. Nochmal zurück. Moin. Moin. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie doch stehen. Ah, ja. Okay. Das hast du dir verdient. Du darfst weiterleben, warte. Die hier nicht. Also eher hier. Nicht. Äh, ja. Kann ich das machen? Joa. Ja, Brussigen. Sehr gut. Immer gut für Lembas. Okay. Morgendämmerung. Wie, Morgendämmerung? Was ist denn eine Morgendämmerung? Es ist noch kein Morgen. Es dämmert nur. Hm. Okay. Die Minen vom Orion. Gehen Sie mal nochmal da hin. So. Ich brauchte das für... Den Braukessel? War das so? Ja, ich denke schon. So. Braukessel. Braukessel. Go, go, go. Hm. Wo ist er? Nee. Da. Äh. Braukessel. Kupferbarren. Acht Stück. Das wird nicht funktionieren. So viel Zeugs habe ich nicht, ne? Äh. Oder? Warte. Habe ich jetzt Kupferbarren gekriegt? Doch, acht Stück. Äh. Ja, habe ich ja gebaut. Äh. Braukessel. Braukessel. So. Ähm. Okay. Braukessel. Wird gebaut. Warte mal. Ist hier der Ausgang? Vom Braukessel? Oh, schwierig. Wo ist denn hier der Ausgang? Ja, komm. Komm da dahin. Okay, gut. Und wir brauen. Ah, Zapfer. Nee. Okay. Baukessel. Wir bauen uns Kupfenkelchlager. Dieses Bittler... Bittler... Letzt Zwerge. Höher hüpfen. Nee, hopfen. Höher hopfen. Also springen wahrscheinlich, oder? Höher die maximale Ausdauer. Und die Ausdauer... Regeneration. Okay. So. Aber. Wie lange dauert das? 14 Stunden. Nein, 14 Minuten. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Also. Moment. Oh. Äh. Reparaturstation. Die hab ich gar nicht. Hm. Da. Ich guck nur mal. Nee, die ist weg. Okay. Komm so da hin. Okay. Sehr, sehr gut. Okay. Hm. Wir haben's später morgen. Ich muss das... Ja, ich muss was essen. Hallo? Essen. Was mach ich denn? Ein Pilzerentopf vielleicht. Hm. Ich mach die Spieße. No. Oder braten. Oh. Ich mach doch... Mach doch mal ein paar Braten, ne? Drei Stück. Und dann schauen wir mal. So. Gibt's was Neues? Ziele. Restaurieren die Minenwinde. Ja. Okay. Das... Ja. Was heißt hier? Was bedeutet das? Ähm. Das ist doch hier die Miene. So, ich guck mal nochmal auf die Karte. Wir waren überall durch, ne? Ähm. Das heißt... Nee, da geht's noch weiter. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich da... Nee, kann ich nicht. Okay. Wo bin ich jetzt? Da, ne? Bapp, bapp, bapp. Da geht's noch nach rechts. Oh, das hab ich gar nicht gesehen. Okay. Ich erst mal. So. Vielleicht nochmal. Ich jetzt noch was machen, falls es nacht wird. Müdigkeit. Ah, ja gut. Da geh ich ins Bett. Komm. Scheiß drauf. Ist egal, ob es nacht ist oder nicht. Ist mir jetzt komplett der Mundo egal. So. So, nochmal essen. Das haben wir durch. Und dann würde ich, äh, mich mal bedanken fürs Zuschauen. Ich hab jetzt einen anderen Schild. Den hier. Der sieht gut aus. Warte. Der sieht richtig gut aus. Jo. Junge, Junge. Ähm. Oder? Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Gehabt euch gut. Und Tschüss.